Und ab zum Wurfen. Alles klar. So, währenddessen bauen wir hier noch eben ein bisschen Holz ab. So, das erste Fleisch brät jetzt. Da ist es auch schon fertig. Und einen weiteren Ofen machen. Bist du jetzt noch in der Höhle? Äh, nee, ich bin auf dieser grünen Fläche, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Okay. Was machst du da? Ähm, musste halt was essen und momentan farme ich noch ein bisschen Holz. Alles klar. Okay. Mal sehen, ob ich dich selbstständig finde. Ne, ansonsten, ich denke, einen kleinen See. Ja, den sehe ich auch. Ah, nee, das ist ein Bach oder ein Fluss. Das ist auf jeden Fall Zuckerrohr, das brauche ich. Ah, nee, ich bin irgendwo anders, aber nicht mehr bei den Dingsbombs. Ah ja, ich kann jetzt eigentlich wieder Shader anmachen. Stimmt ja. Ach, im Übrigen versuchen wir zur nächsten Aufnahme, ähm, oder irgendwie in nächster Zeit das, eine gute alte Baum-Plugin zu installieren. Genau. Damit wir nicht mehr alles abbauen müssen, sondern dann brauchen wir nur noch dreimal unten draufkloppen, den nur noch berühren. Ja. Und, äh, dann können wir schon, dann bekommen wir schon den kompletten Baumstamm. Weil wir sind einfach viel zu faul dafür. Ja. Und es hat ja auch keinen Sinn, wenn dann, äh, die ganze Folge, man nur sieht, wie man, äh, Bäume fällt. Ja, genau. Das kann man sich mal sparen. Toll. Toll, toll, toll. Äh, ja, okay. Also ich bin jetzt hier eigentlich bereit, um eigentlich weiterzuziehen. Ja, ich eigentlich auch. Ich muss mal eben noch aufhören und so. Ach, ich glaube, da vorne bist du. Das sieht ja geil hier aus. Ach, du Scheiße. Voll super. Sehe ich dich irgendwo? Ähm, bei 258. 258, ah, du bist ziemlich weit rechts von mir. Äh, links von dir. Äh, warte, warte, jetzt bist du wieder weg. Ja. Warte, hab ich links von dir gesagt und da war ich auch links von dir. Ich glaube, du musst andersrum. Das dann aber nicht 258. Das dann. Weil ich bin momentan bei 130. Ach nee, Quatsch. 440. Ach so. Nee, das war falsch. War blöd von mir. Äh, ähm, ähm, 105. So, ich hab auf dieses C geachtet. Allo, das ist so blöd. Jetzt wird es wieder dunkel, jetzt muss ich den Shader ausmachen. 207. Äh, bei 107. Äh, äh. Äh, was die Z-Koordinate? Äh, X. Und was ist die Z? 320. 320, okay. Ja. Ah, du stehst dann da hinten auf der Insel, alles klar. Ja. Habe ich gesehen. Warte noch kurz auf dich, dann gehen wir zu den... So, den... So, den... Hüffen? Ja. Da kommt er ja. Hey, du Wurst. Hallo. Hallo. Haa. Ja. So, Konsolen schauen. Übrigens wäre es ja schon cool gewesen, wenn du dir zum neuen Projekt hier eine Silent Mouse gekauft hättest. Ja, ähm, Führerschein. Ich kann nichts dafür. Aber man, man hört ja die, äh, Musik. Man hört ja die, ähm, Dingsbums ja eher nicht. Ja, ja, das ist jetzt auch nicht so schön. Hey, wo unsere Kuh? Oh, scheiße, wo war denn jetzt nochmal? Da muss ich, ähm, nochmal suchen. Oh. Ah, wo wir denn die Öffnen uns da weitergelassen haben. Ah, ich glaub... Ne, das ist ein Skelett. Okay. Das da ist ein Creeper hinter dir. Hm. Warte, ich kann mich eigentlich an diesem See ein bisschen, vielleicht ein bisschen orientieren. Ah, egal. Oh, Zuckerhauer. So. jetzt muss ich aber überlegen das ist ein bisschen doof ja hier ist dieser kleine See oh je oh je warte mal kurz richtig gerade verloren ja ja ich suche halt mit und falls ihr den Ofen gefunden habt dann können wir einfach die Koordinaten oder so durchgegeben ja genau ah du bist hinter mir sogar ah hier hier ist es ja genau habe ich jetzt auch wieder erkannt wow wichser ey das mit deinen eigenen Waffen geschlagen ähm da oh ja ok so kann ich noch irgendwas brennen ja kann ich ey ich hab nichts mehr mhm so ok weißt du denn schon in welche Richtung du willst ich will in diese wo ich gerade guck da warst du gerade das ist das Flachland was ich total geil finde ja und gegenüber hier ist dann dieser große Wald bei dem wir uns erstmal Sachen holen können ja die wir uns schön zerstören können auf mensch normale menschliche Art ähm ja ja wollen wir mal gucken dass wir uns hier irgendwie schon Betten machen ich hab drei Wolle mhm ich hab auch elf Wolle ach ja Woll ja ja Wolle ok dann gebe ich ja ok vielleicht kannst du ja zwei Betten machen ja kann ich machen dann sehen die Zuschauer sogar wie Betten gemacht werde coole Sachen das ist unsere Tradition wir von Igea wir machen Betten und strafen in Betten danke kein Problem so pass auf kleinen Holzbungalow jetzt fängt es gerne schon an ja man begleitet von einem gruseligen Soundeffekt so schade dass es hierfür keine Textur gibt für das Eisenschwert aber schade weil der Steinschwert sieht eigentlich schon ziemlich fett aus ziemlich ziemlich cool äh so gut dann stell mal dein schade auch nicht stell mal dein Bett hier rein ähm wo ist der Eingang da hier drüber alles klar äh Bett 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 äh habt noch keine Fackeln ich schon zack zack kann man es auch direkt schlafen legen Nachtilein Nachtilein so ähm lassen wir die Betten nochmal hier genau das würde ich jetzt einfach so stehen lassen und abhauen das Fleischbrett immer noch ach so Eisenbahren Fleisch ja ah da so und dann würde ich auch direkt abhauen wenn hier jetzt die Eisenbahren fertig sind das restliche Fleisch ist hier ja wunderbar ja die Eisenbahren lassen wir nochmal ähm die Eisenbahren werden jetzt ein bisschen brauchen also würde ich schon mal in Richtung ja neuen Platz ich komme ich komme ich komme so hier drüben warte 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 du musst hinter mich geh mal bitte hier hin hier wo ich gerade bin ey du Bixer äh ja genau so an den Baumstamm und schau auf den Kiriman und seine große weite Welt okay so okay hier haben wir genauso eine riesige Gratsfläche wie im Projekt davor oh ja das sieht wirklich genau so aus ja cool sogar mit einem Fluss hier das ist doch super ganz ehrlich warum sollen wir jetzt noch so viel hier weitersuchen wenn wir uns einfach hier niederlassen können willst du ähm hier auf diese kleine Insel oder willst du lieber noch ähm da hinten auf dieses riesige Grüne stimmt das ist ein Inselchen ähm 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 wow das ist meine Insel runter von meiner Insel man alles klar nein nein ich will da oben ich will da auch trotzdem da oben okay das war komisch ja wir gehen nicht auf das Inselchen wir gehen auf das große Festland so ein bisschen weiter links boah das ist eine riesige Fläche jawohl genau das Perfekte für uns ach du Scheiß eine riesige grüne Fläche jawohl oh Gott boah die endet einfach gar nicht kilometerlange Felder ziehen okay ja wie wär's ja lass doch niederlassen kann man mal machen boah krass 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 so okay aber wir müssen auf jeden Fall erstmal ein Ende hier finden das ist am besten was ist so wie ィ